Ich hatte mehrere. Auf jeden Fall das Streichquartett, Oper. Ich habe wahnsinnig viel Oper zu Hause gehört, aber auch von Anfang an das Cello-Repertoire. Diese drei Gattungen waren meine drei großen Lieben. Humor, ein sehr spezieller Charme, Leichtigkeit, Beweglichkeit, auch eine gewisse Art von Melancholie und Zuhause. Believe in yourself. Ich bin gut, ich kann das.